Lass uns beginnen mit Tommys Coffee Talk. Also ich versuche jetzt mal, ich habe die ganzen Kommentare gerade gar nicht gelesen, ich versuche jetzt mal auf die Kommentare von euch einzugehen, beziehungsweise mit euch ein bisschen zu diskutieren. Wie seht ihr denn die ganze Geschichte jetzt mit 777? Seid ihr zufrieden damit? Sagt er, boah nee, 777, wieder ein Investor, das wird genauso enden wie mit Vintors. Wir wollen gar keine Investoren mehr, wobei da gab es ja eigentlich gar keine Wahl. Sagt doch mal an hier und Diesel, grüß dich mein Lieber, danke für 245 Bits, mein Lieber. Mappys Vlog haben wir gestern schon gesehen, es geht um das neue Video. Wir waren ja gestern online, wir haben gestern einiges an Videos schon uns reingezogen. Marcel Unreif, danke für dein Prime-Abo, vierter Monat am Start. Die Spiele nach Hoffenheim werden für euch ja ultra hart. Freiburg, Leipzig und Schalke, happy birthday. Ja, deswegen ist ja dieses Spiel in Hoffenheim so maximal entscheidend. Das Spiel gegen Hoffenheim ist ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Mehr Sechs-Punkte-Spiel geht nicht, weil du könntest halt mit einer Niederlage auch den ganzen anderen Konkurrenten im Abstiegskampf einen absoluten Berndienst erweisen und Hoffenheim wieder in die Spur bringen, was wir jetzt mal nicht hoffen. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Dennis, Dank von der Bits macht doch mal eine Abstimmung. Ja, kann ich auch nebenbei mal machen. Gute Idee. Aber ich mache dann nur einen Deal mit 777. Also das ist ja von außen betrachtet, wir kennen ja die Einzelheiten nicht. Da haben sie ja auch nicht viel drüber verraten, sage ich mal. Außer, dass sie nochmal 100 Millionen investieren werden. Wir machen einfach mal 777 Deal. Gut. Wichtig. Nee. Nicht. Gut. Ich mache die Abstimmung einfach mal 10 Minuten lang, damit Leute, die jetzt im Zweifel, warum auch immer, später reinkommen, auch nochmal sich daran beteiligen können. Wenn ihr die Abstimmung nicht seht, dann müsst ihr einfach den Stream nochmal neu starten. Lucky Heavy schreibt, ich vertraue 777 erstmal und glaube, es war die beste Option in der aktuellen Situation auch absolut nötig. Aber natürlich würde ich am liebsten 100% den Verein bei sich behalten. Ja, der Verein an sich ist ja bei uns zu 100%. Es ist ja nur die ausgegliederte Profiabteilung. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Am liebsten hätte man eigentlich, also vor allem mit den Erfahrungen, die wir jetzt hatten, gar keinen Investor. Andersrum gab es ja auch schon eine Partnerschaft, die eigentlich relativ geräuschlos verlaufen ist, wie damals die mit KKR. Das hat man ja gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich sage mal, das Beispiel Stuttgart und Frankfurt, da kriegt man ja auch nichts von den Investoren jetzt groß mit. Dann hat man vielleicht auch nicht das Problem damit. Ist natürlich bei uns auch nochmal ein bisschen anders, als bei Frankfurt und bei Stuttgart, weil die haben viele verschiedene Einzelinvestoren. Das ist dann halt auch nochmal was anderes, als wenn einer da gefühlt alle Anteile hat. Ja, das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Kröchi schreibt, habe etwas das Gefühl, dass man künstlich am Leben erhalten wird durch das neue Investment. Ja, das ist ja vielleicht auch tatsächlich ein bisschen so. Also ich sage mal, wenn wir das Geld jetzt nur bekommen und dann aber es nicht hinkriegen, langfristig, oder wie Sie immer gesagt haben, heute nachhaltig die Kosten zu senken, beziehungsweise nachhaltig wirtschaftlich zu arbeiten, dann wird es auch genauso sein. Weil wenn wir weiter so Geld verbrennen, dann stehen wir in zwei Jahren wieder an dem gleichen Punkt, wo wir heute stehen und haben noch mehr Anteile verkauft. Also das wird nichts bringen und dann wird auch 777 massiv unzufrieden sein. Aber ich habe halt Vertrauen in die Vereinsführung, dass wir das vor allem im Hinblick auf die Vergangenheit, wo man ja Lehren draus ziehen kann, dass wir daraus gelernt haben und eben jetzt anders handeln. Dann auch unter anderem bei den Transferaktionen, aber auch bei wie viele Mitarbeiter holt man sich in den Verein, was hat man für eine Kostenstruktur und so weiter und so fort. Classic schreibt, ich glaube, 777 ist das Beste, was uns hätte passieren können. Endlich Profis und vor allem endlich Wintors weg. Besser geht es nicht. Ja, wir werden jetzt uns natürlich in Zukunft wieder dieser, also das ist mir eigentlich recht egal, aber da müssen sich die Leute auch mehr beschäftigen, werden wir in Zukunft wieder damit in Verbindung gemacht werden. Ja, ihr seid ja genauso wie Leipzig und so weiter. Jetzt könnt ihr euch auch noch die Spieler rumschieben. Aber ganz ehrlich, das ist ja mittlerweile normal, dass es auch Partnerschaften gibt. Dafür brauchst du ja nicht mal einen Investor. Ich habe heute gelesen, ich glaube, der FC Bayern hat eine Kooperation gestartet, das machen ja jetzt mehrere mit der MLS, mit dem LAFC, also nicht, es gibt ja Los Angeles Galaxy und LAFC und die haben mit LAFC eine Kooperation gestartet, um da eben auch gegenseitig von partizipieren. Also das wird sich wahrscheinlich sowieso durchsetzen in so einer globalisierten Welt, in so einer globalisierten Fußballwelt, dass da Clubs zusammenarbeiten und das gibt es ja auch schon ganz oft bei Clubs, wo man das gar nicht so offensichtlich sieht, wir bieten natürlich jetzt erstmal die Angriffsfläche, muss man sagen, weil wir das Offensichtliche eben dasteht. Da sind noch sieben andere Clubs, die uns auch schon nett auf Social Media begrüßt haben. Weiß nicht, ob wir es gesehen haben. CFC Genua hat da so ein lustiges Bild gepostet. Ja. Silver Bullet schreibt, ich kann nur nochmal meine Hoffnung wiederholen, dass 777 unserer Media-Abteilung ein paar Mikrofone sponsert. Ja, das habe ich schon gelesen. Das war heute schon wieder etwas bitter, muss man ganz ehrlich sagen. Manchester Red schreibt, ich wünsche euch, dass ihr die Liga haltet und Hoffenheim absteigt. Das wünschen wir uns doch alle. Lenny schreibt, bei dem ersten Stream, wo ich dabei war, haben wir 2-1 gegen Schalke gewonnen, wo Nankam den Siegtreffer geschossen hat. Ich dachte mir, boah, nächste Saison rasieren wir und können uns im Stream immer freuen. Da ist nichts draus geworden. Vor allem ist das ja dann jetzt bald schon zwei Jahre her. Das ist natürlich bitter. Gentleman schreibt, verstehe nicht, warum man nicht nach außen äußert, dass die 100 Millionen nicht für Spieler vorgesehen, sondern für Schuldenabbau. Die Medien stürzen sich ja jetzt schon wieder auf die 100 Millionen, aber haben sie ja eigentlich gesagt. Die haben gesagt, dass das Geld vorrangig dafür genutzt wird, um eben Schulden abzubezahlen, um die Lizenz zu bekommen. Und ja, haben sie ja eigentlich damit gesagt, dass der ein oder andere Spieler trotzdem mal verpflichtet wird und da wahrscheinlich auch im Endeffekt Kohle reinfließt von TÜR bis 7, weil wir ja einfach keine mehr haben. Ist ja auch klar, aber das haben sie ja eigentlich klar geäußert. Die Medien werden sich einfach so oder so darauf stürzen, weil das natürlich eine schöne Schlagzeile ist, dass Hertha jetzt wieder das Geld zum Fenster rausschmeißt. Da kannst du ja wieder eine schöne Überschrift draus machen. Ganz herzlich dein Michael Kuhn. viel geredet wurde, ohne richtig etwas zu sagen. Alles wurde ja eigentlich schon beim Kicker davor erklärt. Ja gut, aber du musst ja, beim Kicker wurde es erklärt, aber es war ja nie offiziell. Du musst es ja offiziell dann erstmal sagen, wie die Tatsachen sind. Sonst ist es ja erstmal nur, ja, die sagen auch von Quellen vom Verein, aber es ist ja vom Verein dann gar nicht bestätigt. Isotonic schreibt, Triple Seven ist auf jeden Fall wichtig für uns und mit den Standpunkten, die Josh Wanda geäußert hat und inwiefern Triple Seven uns mit zusammenarbeiten wollen, klingt das sehr zuversichtlich und bringt uns hoffentlich wieder auf einen guten Weg. Trotzdem darf man auch nicht komplett unkritisch natürlich sein, weil, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber damals hat, glaube ich, Lars Winters auch gesagt, dass er nur in einer beratenden Funktion aktiv sein will und vor allem für die beste Idee kämpfen will und sich gar nicht einmischen will. Das ist dann aber auch ein bisschen anders verlaufen. Oh, ich sehe gerade, ich habe was vergessen zu sagen. Ey, Leonardo Watschi, danke für großzügige drei Sub-Gifts hier in die Runde. Vielen, vielen Dank, mein lieber Eintost, auf dich als Western-Sandwich-Maker. Sehr, sehr großzügig. Danke dir. Das soll natürlich nicht vergessen bleiben. Ihr müsst mich dann immer an, wenn ich das mal übersehen haben sollte. Franzi schreibt, ich verspreche mir vor allem von dem Netzwerk eine ganze Menge. Johannes Spors hat jemand das Pokémon-Bild von Genua gesehen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ja, Johannes Spors hoffe ich mir auch viel. Vielleicht mache ich noch mal ein ausführliches Video über ihn. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich damals, als es die Gerüchte gab, ob Friedi Bobic zum DFB geht, habe ich mal so ein Video über Nachfolger gemacht und da habe ich, glaube ich, auch über Johannes Spors geredet, weil er da schon Triple Seven im Raum stand und ich sagte, naja, vielleicht wird der ja dann auch bei uns eingesetzt. Das wurde ja aber heute ja noch mal verneint, also dass da keine neuen Mitarbeiter eingesetzt werden sollen, sondern dass sie wirklich nur in der beratenden Funktion aktiv sein sollen, so wie es jetzt auch schon bei der kurzen Transferphase für Benni Weber der Fall war. Silverbullet schreibt, vor allem die Sportexpertise schätze ich sehr. Hertha muss dringend professionalisiert werden. Ich habe nie verstanden, warum man sich Fortschritt verschließen soll. Ja, vor allem eben auch mit den Tools, mit denen die teilweise arbeiten. Da fragt man sich, warum hat denn Hertha sowas selber nicht als Millionen-Bundesliga-Club? Professionalisiert bedeutet für mich im Übrigen nicht immer für jeden Bums noch eine Abteilung aufzumachen, sondern Professionalisierung bedeutet eben auch zu schauen, welche Bereiche braucht man wirklich für wirtschaftliches Wachstum oder für sportliches Wachstum, welche Bereiche sind essentiell und welche Bereiche kann ich mir auch einfach sparen, weil die vielleicht ein Trend sind, aber die brauche ich nicht unbedingt. Das fängt bei der Mannschaft an, geht über die Verwaltung, da muss man halt, aber das wollen sie ja machen, auch eben konsolidieren und professionalisieren. Rote Socke schreibt, es gäbe sowieso keine Alternative in unserer Situation, von daher guter Deal. Ja, das ist eben das Ding. Also egal, wie man jetzt Investoren gegenüber steht, heute haben sie es ja durch die Blume eigentlich auch nochmal gesagt, dass wir eigentlich völlig handlungsunfähig fast schon wären wirtschaftlich, beziehungsweise er sagte nur, es wäre sehr, sehr schwer, das zu begründen bei der Lizenzvergabe, wie man denn wirtschaftlich, zahlungsfähig und so weiter bleiben will. Naja, er hat es anders gesagt, er hat gesagt, es ist deutlich einfacher, das jetzt zu begründen. Naja, vorher wusste man nicht so richtig, wie sie es begründen wollen. Ich glaube auch, da gibt es leider gar keine Alternative. Hertha Nix schreibt, die haben wenigstens Ahnung vom Fußball, kann uns nur zugutekommen. Also die Expertise, bin ich mir auch sicher, dass die uns zugutekommen wird. So, die Umfrage ist gleich vorbei. Es haben, bis jetzt sagen, 71 Prozent gut und wichtig, der Triple Seven Deal, vier Prozent sagen, nee, nicht gut. Aber die Frage ist wirklich, was wäre die Alternative jetzt zu Triple Seven? Was wäre die Alternative absteigen in die vierte Liga? Mit weiterhin Windhorst wahrscheinlich als Anteilseigner. Pepe Di Stefano schreibt, ganz klare Meinung, es ist die Möglichkeit, endlich einmal fundiert und ohne Großkürzigkeit an die Sache Investorenpartnerschaft vernünftig heranzugehen. Genug schlechte Erfahrungen haben wir ja gemacht. Ohne solche Konstellationen geht es heute im professionellen Fußball gar nicht mehr. Es ist einfach nur wichtig, das endlich wertvoll und sportlich erfolgreich umzusetzen. sollten wir positiv entgegenschauen. Ja genau, das wünsche ich mir, erhoffe ich mir auch. Wenngleich natürlich trotzdem immer gewisse Restzweifel bleiben, aber erstmal sollte man jedem die gleiche Chance natürlich geben. Rauchmelder sagt was, was ich auch so empfinde, warum das mir auch so ein bisschen Leichtigkeit verschafft hat und das habe ich glaube ich heute in dem Video auch erwähnt. Mit Triple Seven wäre der Abstieg nicht der totale Super-GAU, haben aber mehr Mitspracherecht, zwei Sitze im Aufsichtsrat und zwei Sitze im Beirat der Gesellschaft. Ja, da wollten sie heute nicht so genau drüber sprechen, wobei sie das uns ja schon geschrieben haben. Zum ersten Punkt sehe ich auch so, der Abstieg hätte uns wahrscheinlich wirklich katapultiert direkt in die nicht mehr Lizenzierbarkeit und deswegen bin ich erstmal froh. Ich will natürlich auch trotzdem auf keinen Fall abstellen, trotzdem würde es uns mega nach hinten werfen, aber du denkst nicht, dass dieser Abstieg direkt dazu führt, dass dein Verein absolut ganz herzlich dein Michael P-Punkt. Genau. Genau. Die, zu dem Punkt mit dem mehr Einfluss, ja ich weiß nicht, inwiefern der mehr Einfluss besteht, hatte die Peil-BV von Tenor beziehungsweise Windhorst, hatte die keine zwei Sitze im Beirat. Ich weiß auf jeden Fall, dass Windhorst ja auch zwei Sitze im Aufsichtsrat hatte. Der Aufsichtsrat besteht ja aus fünf Personen. Die sind ja auch eher ein Kontrollorgan. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir da mal zwei Leute dann vielleicht auch sitzen haben, die Ahnung von der Materie haben, weil wenn man, erstmal haben sie ja da sowieso die Minderheit, wenn sie zwei von fünf sind und man muss ehrlicherweise mal, die Frage muss erlaubt sein, was hat denn der Aufsichtsrat über die letzten vier Jahre da gemacht? Ist da vielleicht einfach, also vielleicht kann man, vielleicht, also nicht böse gemeint, aber vielleicht ist da auch einfach zu wenig Fußballexpertise vorhanden, als dass man den groß das vorwerfen kann, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe von einem Kontrollorgan, solche massiven Fehlentscheidungen, die so eine langwierige Auswirkung haben, was das Finanzielle angeht, zu verhindern und zu sagen, auf die Risiken hinzuweisen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass da jetzt mal Leute mit Expertise drin sitzen. Ganz herzlich, dein Michael. Bei ZDF jetzt offiziell Farmteam, haben die uns so bezeichnet, ja. Ich bin's von Insta, ich sag dir ehrlich, war der erste Gedanke, als du das Video gesehen hast. Ey, du bist von Insta, du bist ja witzig, ich krieg am Tag über 50 bis 100 Nachrichten. Das kann ich mir nicht so einfach zuordnen, wer du jetzt bist. Und die Namen kann ich mir auch nicht merken, vor allem wenn ihr alle unterschiedliche Namen habt. Offensiv-Talent-Christen sind im Anflug zu Hertha. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, kannst du dir gerne anschauen. Dranöl, danke für dein Prime-Abo, mein Lieber. Zwölf Monate am Start, ein Jahr dabei. Josh Wanda, so ein fresher Boy, fresh ist er auf jeden Fall. Der ist bestimmt auf jeden Fall bei den Ladies sehr beliebt. Das war so ein geiles Outfit, mit dieser blau-weißen Krawatte und dann diese Cappy. Das hat mich auch so an Stromberg erinnert. Kennt ihr diese eine Folge, wo er dann mal so jugendlich wirken will und sich so eine Cappy aufsetzt, so eine Lederjacke. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und natürlich auch an den Karrieremodus Avatar von mir selbst. Anzug und Cappy. Das fand ich auch sehr geil. Marco, grüß dich. Hey Tom, ich muss mal Danke sagen für deine übermenschliche Leistung rund um unsere Hertha und tausend Dank, dass du in unserem Fanclub bist. Du bist jetzt schon eine Hertha-Legende. Oh Mann, das ist ja, also mehr Blumen geht ja gar nicht. Vielen, vielen Dank für diese netten Worte, mein Lieber. Das klingt schon wieder wie ein selbstgeschriebener Kommentar, aber er ist tatsächlich da für alle, die das jetzt erst auf YouTube sehen. Very Sauerkraut, anderthalb Jahre dabei. Danke für dein Stufe 2-Abo auch mal wieder. Sehr, sehr großzügig. Wir werden deutscher Meister und keiner kann uns aufhalten. So sieht es nämlich aus. Und Mappy wusste es als Erster. Bei Mappy habt ihr es als Ersten gehört. Paolo Fein schreibt, aber wo sind zurzeit die Klubs von Triple Seven, der eine in der zweiten italienischen Liga, der andere spielt um Abstiege in Spanien, weiß auch nicht, was da rauskommen soll. Das habe ich auch schon gesagt. Wie gesagt, die sind bei Genua eingestiegen, da waren die ja schon absolut tief im Abstiegskampf drin und dass so eine strategische Partnerschaft nicht dazu führt, vor allem wenn du in einen Club einsteigst, wenn die Transferphase um ist, dass du dann auf einmal nicht absteigst, ist ja glaube ich auch irgendwie logisch. Wird man natürlich sehen, wo die Entwicklung jetzt hingeht mit Genua. Und bei Sevilla ist es so, da haben sie zwar eine relativ hohe Beteiligung und ich habe da auch schon mal so Kommentare in die Richtung gelesen, die haben da wohl auch irgendwie Stress gemacht, aber die haben da eine Minderheitsbeteiligung. Da gibt es ja nicht die 50 plus 1 Regel, da haben sie 20,1 Prozent und da gibt es auch noch andere Investoren. Von daher haben sie da auch nicht mehr als 50 Prozent und können da irgendwie groß mitentscheiden. Also auch da glaube ich nicht, dass jetzt ausgerechnet Triple Seven daran schuld ist, dass es da derzeit nicht so läuft wie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Also das fände ich, muss man sich ein bisschen tiefer glaube ich mit beschäftigen, als dass man einfach sagen kann, es läuft bei denen nicht gut, weil Triple Seven da ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Lebendi schreibt, das Pokémon-Bild ist ultra unangenehm und gefundenes Fressen für die Kritiker. Deswegen habe ich es auch nicht repostet. Ich finde es nicht unangenehm, ich finde es irgendwie voll niedlich, dieses Pokémon-Bild, aber ich wusste, dass es wieder gefundenes Fressen für die Kritiker ist. Deswegen habe ich es nicht gepostet, nicht, dass ich jetzt hier die Mega-Reichweite habe, aber das habe ich mir schon gedacht, so einer von vielen jetzt wieder und ja, jetzt gehören die alle zusammen und schieben sich die Spieler rum, das ist natürlich so. Vielleicht hat es, ich weiß gar nicht, hat Hertha das repostet, vielleicht hat es auch deswegen nicht repostet. Jason schreibt, Tom bietet exquisite, beste Streams zu chilliger Jazzmusik. Genau das gibt es hier. Merkwürdig, nach zwei Minuten ist der Kommentar sofort wieder verschwunden. Vielleicht ist da irgendwas drin, was der vom Algorithmus her als Spam anerkennt oder so. Ich kann es dir nicht sagen, HK, keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich den Kommentar hier sehe. Ich sehe ihn auch gar nicht. Manchmal ist es auch so, dass man selber Kommentare nicht sieht und die aber trotzdem noch angezeigt werden bei anderen. Keine Ahnung. Es kann auch sein, manchmal ist es auch so, dass YouTube das, glaube ich, erkennt, wenn du einen Kommentar einfach nur kopierst und dann denkt er, das ist Spam, weil manche schreiben ja einfach so Werbung rein für Kryptowährungen oder so. Vielleicht musst du den Kommentar einfach nochmal neu schreiben, dann wird er vielleicht drin bleiben, weil die erkennen das ja über, keine Ahnung worüber, über irgendwelche Tools das ja kopiert ist. Also ich habe hier definitiv nichts gelöscht. Ich lese ja hier gerade Kommentare vor. Und ich habe dich auch nicht geblockt, mein lieber HK. Wieso sollte ich? Isotonik schreibt, da hast du auf jeden Fall recht, aber hoffe, er hat andere Interessen als Windhofs, beispielsweise Sport-Expertise. Ja, das hoffen wir alle. Lebenzi schreibt auch nochmal, ich wollte nochmal klarstellen, dass Sevilla nicht 777 gehört, obwohl es alle inklusive dir sagen, die sind Minderheitser. Habe ich nie gesagt, dass es denen gehört. Ich habe gesagt, dass sie da beteiligt sind, habe auch immer darauf verwiesen, dass es nur 20% sind. Das habe ich immer gesagt. Nicht gesagt, dass denen Sevilla gehört. Vielleicht habe ich mir mal versprochen, also die gehören zu dem Netzwerk dazu von den Beteiligungen, aber das ist nicht deren Club. Und da habe ich auch immer betont, weil ja viele gesagt haben, dass sie die auch runtergewirtschaftet haben, quasi. Enterich, mein lieber Enterich, das ist auch ein sehr geiles Wort. Danke für das Super 1-Abo, 8er Monat am Start. Lieber Tom, bin einfach schon seit 8 Monaten dabei, bisher keine einzige Sekunde bereut. Es sind immer geile Streams mit einer super Community hier. Bitte bleib so, wie du bist. Vielen Dank. Ich danke dir für die netten Worte. im Flow schreibt Tom, keine Angst, Hoffenheim holt noch Florian Kohfeldt und steigt dann erst recht ab. Meinst du, die wechseln nochmal den Trainer? Also wenn die gegen uns verlieren, wer weiß, was die da in Hoffenheim für Aktionismus betreiben. Dennis X, erste Chat-Nachricht, grüß dich, mein Lieber. Silverbullet schreibt übrigens Rade, Windhorst hatte im Beirat auch Sitze. Also das, die dann mehr Einfluss nehmen können. Ich weiß ja nicht, wie das vertraglich geregelt ist, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Wird aus diesen beiden Positionen dann wahrscheinlich nicht hervorgehen. Jens Lehmann hat doch auch Fehl-Ahnung gehabt. Ja, und vor allem Jürgen Klinsmann. Funnyboy, haohé, danke für den Stufe 1, aber 16 Monate schon am Start. Der Hestiko ist auch da. Marci schreibt, nahm mein guter 21.30 Start und doch streamst du schon 33 Minuten. Was ist da los? Frühstatter. Wo habe ich denn 23.30 gesagt? Hab ich das gesagt? Äh, 21.30 gesagt. Ja, es war sonst immer montags 21.30, aber ich habe ja immer noch meine Rippenverletzung und kann nicht mehr zum Fußball gehen. Deswegen habe ich jetzt die letzten drei Male immer um 21 Uhr angefangen und hat das eigentlich auch so in dem Video gesagt, oder? Oder habe ich mich da versprochen? Sorry, dann, ja, 21 Uhr sind wir hier am Start, aber wir haben erst um 21.15 angefangen. Wenn nicht, guckst du den Rest nochmal am Anfang dann an. Werder Bremen zum Beispiel schreibt, wir hatten auch jahrelang eine Klüngelei im Aufsichtsrat. Nach dem Abstieg wurde dann alles ausgetauscht und jetzt sitzt da Kompetenz mit Unternehmern und Leuten von Adidas. Ja, ich meine, normalerweise Aufsichtsrat ist wie gesagt eigentlich ein Kontrollorgan. Die sollen nicht Dinge selbst festlegen oder entscheiden. Die sollen Dinge einfangen, die nicht richtig laufen. Das ist ja eigentlich deren Aufgabe. Luke, mein Lieber, grüß dich, danke für 100 Bits. Wann kommt mal wieder Karrieremodus? Ja, ich glaube jetzt in der laufenden Saison werden wir dafür keine Zeit finden, aber wer weiß, vielleicht auch in der laufenden Saison ist es aber eher was für die Sommerpause. El Nino schreibt, richtig, diese Fragen, was die Kontrollgremien gemacht haben, stelle ich mir auch seit langem. Dinge wie horrende Ablösen im Wintertransferfenster und Gehaltsstruktur müssen die doch durchgesickert oder zumindest nicht hinterfragt haben. Also es gibt ja, ich glaube Kai hatte das mal irgendwo erklärt, müsste man nochmal selbst in der Satzung nachlesen, es gibt ja bestimmte Summen, bis zu denen dürfen die Geschäftsführer selber entscheiden. Dafür sind die ja Geschäftsführer. Aber es gibt auch gewisse Summen, die müssen abgesegnet werden und ich glaube, das ist nicht unerheblich bei den Transfers. Also bei den Transfers muss, glaube ich, schon ab geringeren Summen, die eigentlich völlig normal sind im Fußball, das abgesegnet werden. Aber natürlich muss man dazu sagen, wenn da Leute sitzen, ohne jeglichen Fußball-Sachverstand, dann wird es halt schwer, dass die, die wollen ja dann auch nicht jedes Mal dem Geschäftsführer Sport reingrätschen und sagen, nee, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht oder das ist zu hoch, das ist zu hoch. Das ist ja, so kann ja auch keiner in Ruhe arbeiten, aber das muss man einfach fragen, das muss man einfach fragen, wo war der Aufsichtsrat da? Und deswegen kann ja die Expertise vielleicht auch gut sein, dass sowas gar nicht mehr passieren kann. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner im Verein nochmal so arbeiten würde, wie als wir damals in der Winterpause shoppen gegangen sind, aber trotzdem. Laurenz, mein lieber, danke für dein Prime-Abo, zweiter Monat am Start, da klärst du den DFB-Pokal. Auf dich, Brudi, schreibt er, ich liebe deine Streams, irgendwann muss man sich mal persönlich kennenlernen und über Hertha sprechen. Ja, du kannst gerne zum nächsten Community-Treffen kommen, das wird wahrscheinlich gegen, also mit jedem einzelnen Treffen schaffe ich jetzt nicht mehr, leider, aber du kannst gerne zum Community-Treffen kommen, das wird wahrscheinlich sein, gegen Bremen, aber das werde ich nochmal dann genau verkünden, sollte das so sein. Hey, 1892 schreibt, Moin Männer, das Analyse-Video vom CV über HSV Karlsruhe war sehr unterhaltsam, ist das was, was wir uns mal angucken sollten, ich bin ja nicht so der größte CV-Fan, aber vielleicht könnte man sich das ja mal reinziehen, manchmal ist es ja lustig, wie er sich aufregt. Arturo schreibt, Hallöchen, persönlich erhoffe ich mir, dass man neben eigenen Talenten den Weg mit den Talenten wie jetzt diesem Christensen geht, durch das bessere Netzwerk und dass das ein bisschen unsere DNA-Reputation wird. Das ist natürlich das, was wir uns alle erhoffen, alle die diesen Berliner Weg gut finden, dennoch muss man auch sagen, dafür braucht man halt auch einen Trainer, der, sag ich mal, Talente gut einbinden und integrieren kann und nicht immer einen Grund dafür findet, ein Talent nicht spielen zu lassen. Jetzt am Wochenende fand ich es ja gut, da hat er ja Nankam und Dardai von Anfang an spielen lassen, aber man muss vielleicht auch mal, er muss auch einfach mal fragen, also zumindest von außen betrachtet, wenn ich mir so eine Leistung von Shunic angucke, gibt es da vielleicht nicht ein Talent, vor allem weil wir Shunic ja wahrscheinlich eh nicht kaufen werden, wenn die Kaufoption wirklich 4 Millionen Euro beträgt, gibt es da vielleicht Talente, die aus unserer eigenen Akademie auch mal die Chance auf dem Kaderplatz haben, wenn Tolga runter muss, weil er gelb-rot gefährdet ist, weil viel schlechter kann es ja eigentlich nicht sein, muss man ganz ehrlich sagen. Jason Nines schreibt, bei der PK dachte ich kurz, Tom ist unser neuer Investor und hat uns einfach nichts gesagt, der sieht einfach aus wie du bloß kleiner und dünner, also ich bitte dich, ja weil ich so breit bin wahrscheinlich, ne? Ich bin der, der dir bei Insta das Video von dem Etaner geschrieben hat, ach du Scheiße, ja okay, dann weiß ich Bescheid, das war eine Katastrophe. Pokémon Bild, muss man auf den Instagram-Accounten gehen von CFC Genua, die haben da so ein Bild gepostet, wie die uns quasi in der Gruppe von Fußballclubs empfangen. Ich hoffe, Triple Seven ist nicht so omnipräsent und lässt uns endlich mal in ruhige Fahrwässer, also ich kann es nicht einschätzen, dafür habe ich mich zu wenig mit den Vereinen Da Vasko, CFC Genua und Sevilla beschäftigt, ob sie da omnipräsent waren, aber ich hoffe es natürlich auch. Ich meine, am Anfang war ja Windhofer auch nicht ganz so omnipräsent halt schon da, aber nicht ganz so omnipräsent. Es ging ja dann erst los, als er immer unzufriedener wurde. Andersrum muss man sagen, KKR ist ja eigentlich gar nicht in Erscheinung getreten und das gleiche hoffe ich mir eigentlich auch. Lucky Pantelitsch, vielen Dank für großzügige 300 Bits. Schön, dass du hier bist, mein Lieber. Bei Hertha gibt es jetzt Unterricht in Geschichte. Da lernt ihr meinen Namensgeber kennen. die haben einen Bericht über Marco Pantelitsch gemacht. Marco Pantelitsch war ja am Wochenende auch im Stadion, der hat ja im Stadion so ein kleines Interview gegeben mit dem Stadionsprecher, falls ihr es mitbekommen habt. Also das war irgendwie echt erschreckend, wie der sich verändert hat. Man hat ihn kaum wiedererkannt mit kurzen Haaren, aber war schön, den mal wieder gesehen zu haben. Gießdoll geht noch zur TSG. Ist mir egal, Hauptsache wir gewinnen am Wochenende bei denen und vielleicht müssen die dann einen Trainer verpflichten. Rippen- und Schulterverletzung, du wirst alt. Tja, kann ich dir mal sagen. Weißt du, was mir heute noch passiert ist? Ich weiß nicht, wo die herkamen. Ich bin hier zu Hause barfuß in eine Scherbe reingetreten. Das Blut ist geflossen in Strömen. Natürlich nur Kunstblut, nicht das Twitch mich hier gleich blocken will. Maze, danke für 100 Bits. Arturo schreibt, interessanterweise ist aus dem selbstbenannten Netzwerk Windhorst nichts entstanden, außer der abgebrochenen Doku mit dem renommierenden Filmemacher. Da hätte er sich mal selbst hinterfragen können. Doch, weißt du, was daraus geworden ist? Er hat Jens Lehmann und Gliezmann bei uns installiert. Das ist daraus geworden. Werder Bremen schreibt, bei uns war halt Marco Bode Aufsichtsrat Vorsitzender, gut mit Baumann befreundet und ehemaliger Werder-Legende. Ja, das ist dann halt oft naheliegend. Marcy, mache ich, mache ich, ja, ja, danke für 200 Bits, stand so im Twitch-Zeitplan, stand so im Twitch-Zeitplan. Du, der Twitch-Zeitplan ist nicht aktualisiert, bitte nicht auf den Twitch-Zeitplan achten, weil ich, ich gebe ja immer bei YouTube und bei Instagram bekannt, wann ich streame, ähm, relativ, ja, einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher. Am besten, du machst den Instagram-Account, folgst mir da mal, Ausrufezeichen Instagram, ist hier auch mein Instagram verlinkt, dann siehst du das immer in den Storys, ansonsten sage ich es ja auch in den Videos, der Twitch-Zeitplan, den müsste ich eigentlich auch jedes Mal aktualisieren, aber komme ich dann immer nicht zu und da habe auch nicht gedacht, dass da wirklich Leute drauf achten. Lucky Pantelitsch, danke für 200 Bits, hier ist der Geschichte-Link für Pantelitsch, schick mir den mal bei Insta, hier kann man keine Links reinschicken, äh, bei Twitch. Ähm, Mario, grüß dich. Pascal schreibt, mittlerweile kennen dich so viele, Felicio, ich habe als Auswärts-Fan mit Hertha-Fans auch über den Kanal geredet, echt geil, freut mich auch gefreut, ich habe ja deinen Kommentar gesehen, dass du da, also außer wegen einer Sache, aber dass du da so gut empfangen wurdest hier von den Fans, das freut mich natürlich. Ähm, Laserhead schreibt, ich denke, wir werden viel erfahren, wenn es zur Gerichtsverhandlung zwischen Bobic und Hertha kommt, dabei muss ja Hertha offenlegen, welches vereinschädigendes Verhalten er an den Tag gelegt hat. Sicher, wenn es da zu einer Verhandlung kommt und nicht nur zu einem Vergleich, dann könnte das für die Öffentlichkeit sehr interessant werden, weil dann die Verhandlung auch öffentlich wäre. Lucky Pantelitz, Stang von der Bits, Links werden hier gelöscht, eingeben, Alec Paletti, Marco Pantelitz, Finde ich gar nicht. Kannst du ja mal bei Insta sein, finde ich jetzt hier irgendwie auf YouTube nicht. Aber wir haben auch ein Video noch gar nicht gesehen von HerthaTV, ein neues, sag doch mal, das können wir uns auf jeden Fall gleich auch noch mal reinziehen. Nee, danke, Schatz. Also wirklich nicht, ich habe genug gegessen. Was ist denn das? Was? Ja, ein. Ja. Pimini? Hm. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so viel. Ein kleineren Teller. Hm, kleineren Teller. Gerne. Kaifun Tortut schreibt, Katastrophe, dass die Kommentarspalte unter dem PK-Video von Antisemiten und Verschwörungstheoretikern gekapert wurde, so peinlich. Oh Gott, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Hoffenheim war wieder, war leider sehr stark in Freiburg-Ramare-Stift, leider gefühlt wieder gegen uns. Das wird ein echt hartes Spiel. Ja, das wäre auch wieder so typisch. Kramaric mit so einer übelsten Durststrecke und gegen uns trifft er dann wieder. Aber jetzt übelst gut fand ich die gegen Freiburg auch nicht. Man hat Freiburg auch das Spiel am Donnerstag angemerkt. Das Spiel am Donnerstag angemerkt gegen Juventus Turin in Turin. Elia schreibt, erst mal danke von der Bits, habe gerade bei Härte-Updates gesehen, dass einer derjenigen, die immer die Fahnen vor dem Fahnen vor dem Halten auf dem Feld, die immer die Bälle an die Spieler weitergeben wollten, scheinbar traurigerweise verstorben ist, hatte mich letzten zwei Spiele schon gewundert, wo er ist. Rest in Peace, oh Gott, das ist ja traurig. Also du meinst, die die Fahne schwenken vor der Kurve im Innenraum, na dann rest in peace auf jeden Fall an den Mann und seine Familie. Dennis, danke für 100 Bits. Dankeschön, Schatz. Was muss man eigentlich tun, um VIP-Status zu bekommen? Hast du noch gar keinen? Das wundert mich eigentlich ehrlicherweise. Wieso hat denn Dennis hier keinen VIP-Status bei den ganzen Donations, die er dagelassen hat? Außer dann kenne ich dich ja persönlich. Da kann man dann auch mal VIP-Status geben, muss mich mal dran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, muss ich mal außerhalb irgendwie machen. Mario schreibt, ich würde mich freuen, wenn man die Gerichtsverhandlung mit Bobic heimlich filmt, damit man mal sein wahres Ich sieht. Du kannst ja hingehen, wenn es eine öffentliche Verhandlung ist, kannst dich ja anmelden und hingehen. Tom, wärst du dabei, Wolfsburg, wenn es um alles geht am Ende? Wolfsburg steht eigentlich schon fest, dass ich da hinfahre, weil da weiß ich ja jetzt schon, an welchem Tag das ist, ist ja schon terminiert, immer von Anfang an der Saison und da spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich da hinfahre, selbst wenn es um nichts mehr geht. Ich hoffe ja, es geht um nichts mehr. Das wäre ja am schönsten. Nicht Nein sagen, wenn die Dame so lieb ist und dir Essen bringt. Ja, guck doch mal, wie ich aussehe, Mensch, völlig aufgequollen und wie ich wieder aussehe. Aufgequollenes Gesicht und ständig dieser Bart. Dennis, danke für 100 Grüße an Nali Bits. Mario, danke für noch mal 100 Bits für die alte Dame. Enterich schreibt, wird generell eine sehr spannende Konferenz am Wochenende mit all den ganzen Teams da unten. Ja, Konferenz gucke ich ja sowieso nicht. Du musst VIP und dann Dennis Namen eingeben. Okay, das mache ich mal nach dem Stream. Das mache ich mal nach dem Stream. Lucky Pante, danke für noch mal 100 Bits. Pante gibt es über Google ein, Hertha WC. Achso, das ist so ein geschriebenes Interview. Warte mal. Mann, ey, der findet es nicht. guck mal seus guarded biens. acho apostet sein. ones, bei denen ist ja nicht. Klimain Optimal interest Ah, hier. Jetzt habe ich es. Okay, können wir uns auch gleich noch durchlesen auf der Hertha-Website. Uremovic und Serdar, bitte Uremovic und Serdar, bitte nochmal so performen wie am Samstag. Das würde viel helfen. In Hoffenheim kommt unser erstes Tor nach Ecke. Das ist doch meine Prediction hier. Die nehme ich gerne. Die nehme ich gerne. Pascal schreibt, Felicio, ich habe mir wegen Mappy noch gedacht, Mist, in Berlin ist immer so kalt. Ziehst du dich warm an? Dann dachte ich, ach, so schlimm wird es nicht sein. Ich habe es bereut. In Berlin ist es ja am Olympiastadion so kalt. Ja, das war aber auch sehr kalt, weil es auch noch so windig war. Es war nur warm, wenn die Sonne auf einen geschienen hat. Dann ging es einigermaßen. BC Sascha schreibt, finanziell ist ja richtig Druck auf dem Küssel. Fragt mich, wie die Investoren von Windhorst, die 274 Millionen Minus finden. Naja, wir wissen ja nicht, was er wirklich bezahlt hat, was er jetzt wirklich bekommen hat. Darüber wollten sie ja keine Auskünfte geben, was ja auch verständlich und klar war. Dennoch berichtet ja der Kicker, dass es sich wohl um rund 100 Millionen handeln soll. Melki schreibt, denkst du, es ist gegen Hoffenheim ein Muss-Dreier oder Punkt auch okay? Also du darfst auf gar keinen Fall verlieren, weil dann holst du Hoffenheim zurück und dann können die vielleicht eine Serie starten, weil die fußballerische Qualität ist ja da. Die dürfen sich bloß nicht entsinnen, dass sie die haben und müssen völlig verzweifelt sein, weil sie jedes Spiel verlieren. Vor allem so ein Sechs-Punkte-Spiel zu Hause. Ein Punkt könnte am Ende, wenn du die Punkte halt woanders holst, auch reißen. Aber wir holen ja keine Punkte überraschend. Wir haben ja, wenn dann unsere Punkte in so Muss-Duellen geholt, außer vielleicht mal gegen Gladbach, aber ansonsten haben wir halt gegen Augsburg zweimal gewonnen. Gegen Köln, die absolut schwach waren. Also du musst eigentlich da gewinnen. Also wo willst du denn gewinnen, wenn nicht beim Achtzehnten? Wo willst du denn gewinnen, wenn nicht bei der schlechtesten Heimmannschaft? Ja. 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 Hofer auf den Sieg, aber bamme, weil wir auswärts unterirdisch sind. Wir sind mittlerweile die schlechteste Auswärtsmannschaft der Bundesliga. Uns hat uns hat ja jetzt Bochum überholt mit dem Sieg, mit dem zweiten Auswärtssieg. Die hatten in Augsburg gewonnen, jetzt haben sie in Köln gewonnen. Wir sind die zweit, die schlechteste Auswärtsmannschaft. Vier Punkte auswärts. Also wenn du keine, wenn du keinen Sieg holst in Hoffenheim, dann frage ich mich, wie das, wie du, wie willst du denn dann auf Schalke gewinnen? Wer denkt denn, dass das einfacher wird? Mitnichten, wie wenn ich mit meiner Verwandtschaft komme. Schlechte Heimmannschaft, schlechteste Heimmannschaft gegen schlechteste Auswärtsmannschaft riecht nach 0-0. Ja, leider ja. Wobei, riecht auch nach einem Paukenschlag und einer Überraschung von Hoffenheim. Hoffenheim kann sich befreien. Kramaric, seit 20 Jahren nicht mehr getroffen, aber mit einem Dreierpack gegen Hertha und Fallrückzieher-Tor. Vor allem, sie sind ja nicht nur die schlechteste Heimmannschaft, sie sind auch im Moment tabellarisch einfach mal die schlechteste Mannschaft. Marius schreibt, okay, ich weiß nicht, worauf sich die Antwort bezieht, Dodi kämpft momentan zu wenig. Gegen Hoffenheim müssen wir eklig sein und 110% geben. Dodi kann dann zur 60. von der Bank kommen, sehe ich genauso. Kannst denn Dodi in so einem wichtigen Spiel, wir haben es ja gesehen, was ja auch auswärts, wie er die Mannschaft dann, wenn er die Chance bekommen hat, von Anfang an gegen Leverkusen mit seinem Anlaufverhalten, beziehungsweise nicht vorhandenem Anlaufverhalten runtergezogen hat. Classic schreibt, auf Schalke wird sicherlich nicht gewonnen, die sind leider echt gut zur Zeit, vor allem zu Hause. Ja eben, und dann ist es ja wohl einfacher, wenn wir schon die direkten Siege holen müssen, was wir ja müssen, weil wir anders keine Punkte holen, außer vielleicht mal gegen Gladbach, dann musst du halt in Hoffenheim gewinnen. Also ganz ehrlich, Gelsenkirchen wird definitiv nicht einfacher. Dodi will weg, sieht man in seiner Körpersprache, das hat er ja auch im Winter geäußert. Sandro Schwarz hat ja schon auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er Überzeugungsarbeit leisten musste, damit Dodi versteht, wie wichtig er hier ist und dass er eben nicht wechseln kann. Also der wollte ja, das stand ja zwischen den Zeilen in der PK, der wollte ja eigentlich schon im Winter wechseln, da gab es ja auch etliche Angebote. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hört sich so hart an, da werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich für bashen, ich glaube, dass wir nicht mal 10 Millionen für ihn kriegen, weil er einfach nur noch ein Jahr Vertrag hat und die Vereine ja wissen, dass wir einen Transferüberschuss erzielen müssen und er nur noch ein Jahr Vertrag hat, können sie uns unter Druck setzen, es sei denn, wie gesagt, es gibt verschiedene Vereine, die sich gegenseitig ja, hochstacheln mit Angeboten, aber ansonsten werden wir wahrscheinlich unter 10 Millionen kriegen, das ist echt, und dann muss man wieder sagen, wäre es eigentlich geiler, wenn man ihn halten kann, einen Spieler von so einer Qualität kriegen wir nicht für 9 Millionen oder kriegen wir gar nicht so härter, vor allem wenn Iyuka auch noch geht, aber wenn er nicht bleiben will, bringt es ja nichts. Daniel Mainz, grüß dich! Ich bin gegen Hoffenheim im Stadion, muss ein Sieg her, sehr stark, sehr stark. Ja, ich kann leider nicht, ich habe am Samstag jetzt noch mehrere Besichtigungen, aber ich wäre sehr gerne gefahren, ich hoffe ihr habt da viel Spaß und die Fahrt lohnt sich, bin aber dann mit Dennis und Lukas gegen Freiburg auswärts zwei Wochen später am Start, das erste Mal in dem Freiburg Stadion da, aber ich wäre sehr sehr gerne, also spielmäßig wäre ich eigentlich lieber bei Hoffenheim, aber ich freue mich natürlich trotzdem mega auf dieses Auswärtsspiel, aber passt halt leider im Moment nicht. Mario, danke für 100 Bits, die Spiele gegen die direkten Konkurrenten müssen gewonnen werden, es sind so wenige Punkte zwischen 14 und 18, wie seit langem nicht mehr, ich glaube das ist sogar rekordverdächtig, zumindest am 23. Spieltag noch, gerade weil wir noch einige Brocken vor uns haben, wo wir nur mit Glück vielleicht einen Punkt holen können, ja wie gesagt, es kommen Bayern, es kommen Leipzig und so weiter, wie viele Punkte holen wir da? Ja, wir müssen gewinnen, also sich das dann schön zu reden, weil man nach dem 1-1 oder 0-0 in Hoffenheim immer noch auf Platz 15 steht, weil die anderen nicht gepunktet haben, ist eine Milchmädchenrechnung, weil es kommt ja immer auf den Spieltag an. Er hat sich ja wirklich damit angefreundet, hier alles reinzuwerfen, alles zu geben, hat auch immer alles gegeben, aber eigentlich muss für einen Spieler von seiner Klasse, auch wenn er jetzt vielleicht technisch nicht absolut überragend ist, aber für einen Spieler von seinem Niveau, der ja schon mal Champions League gespielt hat, kann es eigentlich nicht das Ziel sein, jedes Jahr um den Abstiegs-, äh, Nicht-Abstieg zu spielen, das muss man auch einfach mal sagen. Also wenn es da Angebote gibt, kann man eigentlich auch nicht mal sauer sein, wenn er dann gehen wollen würde, oder könnte ich ihm nicht mal groß sauer sein. BSC Sascha schreibt, freue mich schon auf die Artikel, falls wir mal einen Spieler von Sevilla oder so holen, ähm, oder dorthin geben, die wollten ja Dodia im Winter auch, tja, das, das, äh, das ist es, ja. Der 33. Spieltag gegen Bochum könnte krasser als das Champions-League-Finale werden, das wird so ein entscheidendes Spiel sein, bin ich mir sicher, dass wir auch bis dahin noch nicht durch sein werden, hundertprozentig. Wollte nicht Flo mit Sarah zum Freiburg-Spiel? Ja, Flo redet viel, wenn der Tag lang ist, der ist bestimmt nicht in Freiburg, aber sehr gerne, ich würde sehr gerne ihn dort sehen. Ähm, wie wahrscheinlich ist denn eine Auswärtsfahrt nach Scherke, kann ich jetzt noch nicht sagen, das ist halt, ich müsste halt Freitag komplett frei machen und es kann sein, dass ich da gar nicht in Berlin bin Freitag und erst gegen Abend nach Hause komme. Und das kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Freitag ist halt wirklich, ich bin zwar selbstständig, aber dadurch, dass ich auch viel mit YouTube mache und es trotzdem hat man ja fixe Termine, es gibt halt manche Sachen, die kann man sich nicht aussuchen an Terminen und ich habe halt immer viele Termine Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich, weil da die Leute halt Zeit haben. Und, äh, das ist schwierig, aber wer, wie gesagt, ich will ja seit Anfang der Saison, sage ich ja, ich will unbedingt nach Gelsenkirchen fahren. Ist halt schade, dass es nicht irgendwie Samstag 18.30 oder 15.30 ist, aber vielleicht kriege ich es trotzdem hin. Ähm, Marius schreibt, hab leider das Gefühl, dass du es da am Sommer geht, das geht, Gehalt ist auch einfach zu hoch. Wobei er ja eigentlich genauso viel verdient wie Schwolo und wahrscheinlich sogar, wenn man den Medienberichten Glauben schenken will, weniger als Piontech. Also dann ist, ist er das vielleicht sogar wert. Attil, erste Chatnachricht. Denkst du, Kempf wird ein entscheidender Faktor im Abstiegskampf? Also nachdem Kempf angekommen ist und, also der war ja eigentlich 1-1 so wie Oremovic, als er angekommen ist. Also das war wirklich unglaublich gut, man weiß nicht, er hat ja sich dann auch psychische Hilfe geholt und du kommst in eine Mannschaft rein, wo nichts funktioniert. Und dann hat bei ihm halt auch nichts funktioniert, aber es war wirklich gruseligst. Wir werden deutsche Meisterung und keiner kann uns aufhalten. Das war wirklich gruseligst und, ja, mittlerweile ist er tatsächlich zu der richtigen Größe bei uns in der Innenverteidigung geworden. Und jetzt fehlt nur noch dieses Tor auch mal vorne, Spieleröffnung hat er halt immer noch nicht. Und jetzt fehlt nur noch dieses Tor vorne. Das hätte er ja fast erzielt am Wochenende, aber er ist wirklich zu einem richtig stabilen IV wieder geworden, was er ja auch schon war in der Bundesliga bei verschiedenen Klubs. Und dementsprechend wird er eine sehr, sehr entscheidende Rolle meiner Meinung nach einnehmen. Mein lieber Lucky Pantelitsch, danke für 18,47 Dollar. Ich weiß gerade nicht, wie der Dollar zum Euro steht, wahrscheinlich sind es 18,92 Euro. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, sehr, sehr großzügig. Liebe geht raus an unseren lieben Lucky Pantelitsch, der Mann mit dem Cowboy-Hut. Ich muss mein Konto abrunden, um die Nullen vor dem Komma zu sehen. Achso, eine Runde gerne auch mit Nullen ab. Danke dir, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Kannst auch gerne die anderen Nullen noch abrunden. Vielen Dank, sehr, sehr großzügig. Skel Davi, danke für dein Primero 22 Monate, Alter. Riesenschritte auf zwei Jahre. Also, Auguchi schreibt, das hat man im Kontext von Fußball auch noch nie gehört, dass man gerne nach Gelsenkirchen möchte. Ja. Ja. Also, hat man von mir schon öfter gehört, aber nur, weil Hertha da spielt natürlich. Also, die Pilmini sind schon lecker, muss ich sagen. Klassik schreibt, bin so gespannt, was aus unseren Leihspielern wird. Wie will Weber, die loswerden, die kann wahrscheinlich der beste Manager der Welt nicht loswerden. Ich mache diese Woche, vielleicht sogar schon morgen, mal ein Leihspieler-Update. Ja, habe ich ja jetzt schon fünf, sechs Wochen nicht mehr gemacht. Mache ich ja eigentlich einmal alle vier Wochen. Da kommt morgen dann wahrscheinlich wieder was auf euch zu. guhrbeding. Vielen Dank.